Schon immer habe ich von einer Uhr geträumt, die mehr kann als nur die Zeit anzeigen. Und damit meine ich jetzt nicht Betäubungspfeile verschießen, auch wenn das ziemlich cool wäre. Nein, glücklicherweise leben wir im Jahr 2014 und da gibt es so etwas wie Smartwatches. Beinahe jeder Smartphonehersteller soll ja an einer solchen intelligenten Uhr arbeiten und da stellt sich die Frage, wie praktisch ist sowas im Alltag und brauche ich sowas überhaupt und wenn ja, welche soll ich kaufen? Hey, mein Name ist Kilian und ich habe die Gear 2 Neo über einen Monat lang nutzen können. Ob die Smartwatch ihr Geld wert ist, seht ihr nach dem Intro. Viel Spaß! Zuallererst wäre da mal ein bisschen was über die Gear 2 Neo zu sagen. Die Uhr an sich hat ein 1,5 Zoll großes quadratisches Display, welches von der Schärfe und den Farben völlig ausreichend ist. Es hat mir gut gefallen und gerade bei Sonneneinstrahlung konnte man auch erstaunlich viel erkennen. Die Software ist Samsungs eigene und zwar Tizen. Dieses System lässt sich logisch bedienen und läuft mehr oder weniger flüssig und intuitiv. So geht das Display zum Beispiel an, wenn man eine Auf-die-Uhr-Guck-Geste macht. Insgesamt fehlt mir aber hier und da ein kleines Update. Anpassend kann man das Aussehen der Smartwatch umfangreich, was mir sehr gut gefallen hat. Unterschiedliche Uhrenanzeigen oder auch eigene Hintergrundbilder machen die Uhr relativ individuell. Zusätzlich kann man auch Apps installieren, auch wenn die Auswahl noch relativ rar gestreut ist zum Zeitpunkt dieses Videos. Apple Geek und Ebay waren zwar schon vertreten und ich denke auch Twitter wird nicht lange auf sich warten lassen, aber hier ist noch Luft nach oben. Das Design der Gear ist sicher Geschmackssache vor allem in dieser Farbe, doch mir hat es eigentlich ziemlich gut gefallen. Wie ist das denn jetzt so mit einer Smartwatch im Alltag? Ist sowas nützlich oder wird man einfach nur dumm angeguckt? Eines ist klar, ich wurde ziemlich dumm angeguckt, als ich mal mit der Gear telefoniert habe. Aber wenn man einfach mal schnell seine Nachrichten checkt, fällt das gar nicht so sehr auf und hat auch niemanden gestört. Fakt ist, im Unterricht kann man wunderbar News auf der Uhr lesen oder sogar Filme auf ihr schauen, nur da empfiehlt es sich dann Stummfilme zu gucken, weil der integrierte Lautsprecher relativ laut ist. Lang durchhalten tut die Gear auch, im normalen Nutzungsverhalten so 4-5 Tage, bei stärkerem so 2-3 Tage. Zwei Besonderheiten hat die Gear aber, die keine andere Smartwatch so bisher hat. Zum einen wäre das das Infrarotplaster, mit dem ihr die Möglichkeit habt den Fernseher zu steuern und ein Pulsmesser, der mehr oder weniger gut funktioniert. Besonders dann, wenn er funktionieren soll, funktioniert er leider meistens nicht. Wer also seinen Puls nach dem Joggen messen will, wird so lange warten müssen, dass der Ruhepuls schon wieder erreicht ist. Also eher suboptimal. Im Gegensatz dazu finde ich es total cool, dass man nach dem Handy suchen kann, falls man es mal verlegt hat und das funktioniert auch umgekehrt, also mit dem Galaxy-Handy nach der Gear suchen. Apropos Galaxy, die Gear ist nur mit ein paar ausgewählten Samsung-Smartphones kompatibel, was definitiv ein Kritikpunkt ist. Aber inzwischen gibt es hier die Gear Live und die ist mit allen Android-Smartphones ab Android 4.3 kompatibel. Die hat dann aber das Betriebssystem Android Wear. Das sieht nicht nur anders aus, sondern hat auch weniger Funktionen als das Tizen der Gear 2 Neo. Aber das Benachrichtigungssystem ist intelligenter gelöst. Bei der Gear ist es nämlich nicht selten passiert, dass die Nachrichten angezeigt wurden und gerade als ich drauf tippen wollte, sind sie verschwunden und dann beginnt die große Suche nach der App, in der die Nachricht aufgetaucht ist. Eine Snapchat-Benachrichtigung kann man beispielsweise gar nicht angucken, da muss man dann erst das Handy entsperren, WhatsApp-Nachrichten gehen, aber antworten kann man nicht. Einzig und allein auf SMS-Kammer antworten und das entweder mit eingespeicherten Vorschlägen oder S-Voice. Ist ja auch ganz klar, eine ganze Tastatur hätte auf dem Bildschirm wenig Platz gehabt. S-Voice ist sowieso eine Stärke der Gear. Ich habe es mir ganz einfach auf den Home-Button gelegt, wenn ich den zweimal drücke. So kann ich schnell Leute anrufen oder mal nach dem Wetter fragen. Kann ich also eine Smartwatch, insbesondere die Gear 2 Neo, im alltäglichen Nutzen empfehlen? Jein. Ich persönlich fand es komisch durchgängig, ein Gerät am Arm zu haben, was fröhlich vor sich hin strahlt, auch wenn es nur Bluetooth-Strahlung ist. In manchen Situationen ist so eine Smartwatch einfach total praktisch und das Handy kann auch mal im Rucksack bleiben, das ist ja auch ein Vorteil. In anderen Situationen stört sie, da will man eigentlich mal seine Ruhe haben und der Arm vibriert die ganze Zeit, also das ist nicht ganz so optimal, aber insgesamt eine coole Ergänzung zum Handy, aber eben nicht viel mehr. Nice to have, aber kein Muss. Ich selbst werde mir definitiv nochmal die Moto 360 anschauen, wie viele von euch, denke ich auch. Mal sehen, was die dann so kann. Falls ihr die auch auf meinem Kanal sehen wollt, lasst definitiv einen Daumen nach oben da. Und falls euch das Video gefallen hat, natürlich auch. Ein Kommentar von euch wird mich jetzt wirklich, wirklich interessieren, was ihr vom Thema Smartwatches so haltet. Ist sowas sinnvoll? Braucht ihr es? Wollt ihr es? Und das war es dann auch schon von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Marvin macht dich übelst im Hintergrund. Marvin, du bist übelst im Hintergrund. Geh mal bitte kurz raus. Ich lasse es in den Outtakes, aber...